Was? Oh ja, ich warte, ich steh mir jetzt kurz ne Uhr und dann mach ich noch 5 Minuten, ich komm gleich, warte. So, Lala. Boi, ich will endlich in den nächsten Challenge. Flo, sei ich ne Uhr, denn ich hab einer hier. Äh, Flo, was war das? Scheiße, was die mir da eigentlich anhört. Ich hab ja grad zu Spongebob, ich schmutz 10 Stunden oder so, oder? Ich schmutz, ich schmutz, ich schmutz. Mach mal laut an. Das ist mal, komm. Flo. Ja, ja, ja. Flo, ich muss dich vielleicht muten. Ich kann mute ihn doch. Also, Flo, lass doch einfach die Scheiße da mit deinem Rasenmäher wie ein Arschloch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist los? Das ist so komisch geprumpt. Das ist so komisch geprumpt. Das ist jetzt wieder weg. Könnt ihr das nicht lachen, da? Gut. Könnt ihr das nicht lachen, da? Gut. Könnt ihr das nicht lachen, da? Könnt ihr das nicht lachen? Oder David. Mach's aus! Mach's aus! Mach's aus! Mach's aus! Okay. Okay. Ich bin mal der Glarscheibe da jetzt über mir zu weit gesprungen. Alter. Da bin ich runtergerutscht. Können wir nicht einfach so schnell alle Blöcke jetzt alle Glarscheiben zu Blöcken machen? Nö. Wieso? Jo, schaffe ich das eigentlich immer. Aha, Micky. Auf geht's Flo. Aha. Es ist sehr bildend. Dave, Dave. Ja. Ich bin, ich muss. Ja, komm, dann machen wir das an. Best. Alter. Okay, das ist jetzt leicht. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ah, ich bin der Auge runtergefallen, wie schlecht bin ich. Ich hab dir geholfen. Alter, du Arsch. Alter, wie verzögert David, der zur Seite geflogen ist. Ja, ich muss das erste Mal halt loben, das ist ja mal Hammergeil. Boah, ja, David, übrigens bei deiner Aufnahme, du bist sowas von asynchron. Ja. Beschmutzt. 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 Du sagst nein, bringst und fällst dann erst runter. Ich bin beschmutzt. Ja. Ja, ich darf nicht mehr anhören. Ich rauch. ein ganzer den ganzen Tag. Boah, mich ist voll happy gerade. Ja. Ich nicht. Dagegen gesagt. Mann. Boah, jetzt muss ich mir auch Musik anmachen. Michi, du hast es zu weit gemacht. Ja, Flo, mach der Handmuck an. Dann mach ich ja. Muss ich auch gleich machen. Nein, du machst das nicht. Ich nicht. Ich mach dann wer mit dem Handy. Ich mach nur beschmutzt dann. Beschmutzt. Ja, du Opfer. So, jetzt mach ich mal wieviel Minuten machen. Kann einem auch mal passieren. So, fünf Minuten, Andy. Nein! Nein! Schon wieder zu weit gesprungen. So, aber wenn fünf Minuten um sind, dann... Was, du jetzt noch fünf Minuten? Ja. Ganz schade den ganzen Tag. Tetris. Na, ha, ich bin so dumm. Tetris, zehn Stunden. Nice toitel responsivenいきます. Und los gehts. Flo, du bist crazy. Na, na, nana, na, nah, na, na... Na na, na, na... agonireht.. Oh, gar niet... Woah, gar niet... Ah, ich printe die lottery, Moment. Weil, ich min, nicht bilgevenni. Ey, kann das nicht nur kosten? Boah, ich muss es ein bisschen leiser machen. Dann bin ich da geschlagen. Ich nicht. Ich auch nicht. Das würde ich nie tun. aber ich gebe mit dem Programm um ein Mucke und verladen kann kostenlos und befehl ehrlich gesagt nicht ich würde es auch nicht machen weil es illegal ist er hat ja er hat gekocht lol was wird es jetzt nein ein ganzer den ganzen – Welche? – Oh das hab' das allerbeste was sein? – Mann! – Was hab ich denn getan? – Alles hab' das allerbeste Mann, Schweker! – Was denn? – Du, 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 du. – Weiß-Flo, ich... Schau ich will springen und dann fang einfach zu sprinten an. – Ja. – Ja. – Blura Fischer? – Ich weiß, ich muss. ja macht ihr einfach wo ist der Zeckwein ja machen wir da wieder eine Leiter hin ja macht sie hin er gibt den Geber auch jetzt macht die zwei Leiter noch hin mach ich vielleicht mal aufloch ja warte ich hab keine Permissions ihr Decken m Auerbach Gold immer kurz weg der Katze ich denke ein geschickter Mann geilen Lied und war Gold ja zu verkürzen jetzt wie eine Klinik und er er hat ein war er war und war er war und nur gegründet er haben Armin als Ziel vor Ort einer geschehen drei E-P er hat die Rote gefallen es geht Prozent Romern auch weiter waren Block oben Pferde die 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 wo Woha! 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 Ich bin nicht mehr mitgegangen. Mein Bruder hat es mir gerade verboten. Nein! Wo muss man denn hin? Ich habe gerade voll gegen mein Bildschirm gespuckt. Nach oben. Oh, ich bin nicht mehr mit dem Bildschirm. Ich will nicht mehr von meinem Bildschirm sehen. Dein Bildschirm ist übelst geil. Dann hab ich dann decochen. Sche reckon? Oh, Sc žeé! Mann dich hier! Nein! Oh, neglect! muss ich mich nicht mehr als ich bin so froh wenn ich aus diesem Turm draußen sind nein aber die Trissnäffnachsum ich hasse die Vierersprünge das passt überhaupt nicht zu meiner Stimmung weg damit ich hasse diese scheiß Vierersprünge die nerven mich voll nein ich war ganz so er ist gestorben ich hätte mich gestorben wenn ich von tausendem Meter da runterfahre ja wir haben vor der Fallschule ja sowas nicht ähh du bist auch so mähähäh h 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 das ist es ist nicht so gut aber egal ich habe es aber auch gar nicht besser nicht ich stehe freiwillig es ist eigentlich noch mehr und mehr folge die hochladen hast du noch nicht mehr schmerz und die hochladen musste er habe ich ich meine ich bin sowieso schneller mehr hochladen als du ach komm ich denke ich bin sowieso schneller mehr hochladen als du ja ich meine ja nur man sind wenn ich oben sie sind leckte voll kann um ich hätte mich und ich und die besten verbindungen er hat immer eine gute verbindung ich habe voll die scheiße wo es wird wenn ihr es geht wenn ich hätte sie auch einfach alle müssen da mich hat er noch mehr mit mir ich habe mich an der freundlichen kann oder das war es nicht es ist nicht online abgebild online wie soll man das online verpackt hat ich glaube dass man das mit einem Sprünge Boah Kann mir jemand Federfangsruhe geben bitte? Mach dir welche Wie denn? Ich hab kein Tummel-Eitems Boah, Ambus, uch Creative Als ob ich mir das jetzt, diese Mühe jetzt mach, oder? Boah Wir müssen das Schwenker, ein Schwenker hat fast geschafft, komm Schwenker Er hat fast geschafft, ist gut gesagt Ja, die oberen Sprünge sind einfach, du schaffst das jetzt kaum Nein, weil ich nur den komischen Sprung da hatte Die oberen Sprünge sind die schwersten, Alter Laber nicht, nach den vierern Sprünge ist der eigentlich relativ einfach Ja, nach den vierern Sprünge, aber die vierern Sprünge sind übelkacke Da kommen erst mal so 3er Sprünge und hoch Ja Was machst denn du, Michi? Was denn? Was du gemacht hast Boah, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch voll froh, wenn wir hier draußen sind Und dann wird gezockt auf engsten Raum, das weiß ich jetzt schon Was? Machen wir Gruppenkofür? Alter Nein, da kommt so ein kleiner Raum, ich wünsche mir was Oh, David liegt bei mir voll und schwenker auch Weil der Hadi einfach geil ist Ja Nicht hier als Mo Weil der nicht hier einfach geil ist Geil ist Ne, das stimmt nicht Mo, da bin ich zu früh gesprungen Weil der Hadi einfach mehr auf Ja, wo ist denn mit Dave eigentlich? Ich bin hier Aber ich sterbe an, darum bin ich runterfallen Ja Zahl Jaw Uh, whoah, Stephan Yay Woo, ich bin runtergefallen Endlich Endlich! Alter, ich spring immer zu früh. Ja, ich auch. Diese scheiß Geleckköpfe. Machst du das in einem durch oder springst du jeden einzeln? Nee, ich komm immer gleich weit. Ich werde aber nicht gebraucht, oder wie? Nee, du nicht. Du bist dann noch nicht so weit gekommen. Eigentlich sind sie in einem durch bisschen leichter, normal. Schafft jetzt mal einer von euch bitte, ich hab keinen Bock mehr auf die Challenge. Wenn du es schaffst, nicht so rumzuleggen in Minecraft. Ja, gleich. Äh, was soll ich sagen? Nein. Ähm, kann ich mir eigentlich noch mal downloaden, dass ich ein bisschen... Ah, halt da, spring ich wieder nicht. Ja, kannst du. Ja, kannst du mir die nochmal schicken, ne? Junge, downloader sie dir halt, da steht in der Beschreibung drin der Link. Oh. Michi ist mir wieder vollstanz informiert. Da hab ich die Challenge davor beim ersten Versuch geschafft. Hi! Halt das mit den Glasscheiben da. So, jetzt bin ich bei dem Führersp... ...und das schaff ich eben nie. Ja, warte, ne. Warte auf mich. Nein! Lol. Du bist so ein Arsch. Alter, wie das bei dir legt. Jaha. Aber wieso haust du mich auch? Das reicht fast. Lol. Du bist ganz am Rand gestanden. Ja, wieso denn? Oh, dieser Scheiß... Lol. Ja, fast! Jawoll! Wo sind deine Schuhe? Nein, nirgends. Das heißt, keep inventory an, falls du das schon mal bemerkt hast. Achso, ich ja... Oh, ja. Jetzt hab ich's gemerkt. Ach. Drei und drei gleich gleich runterklapp. Wenn ich auch was... Das ist nicht der Ehe. Das ist David. Ach, Mann. Lass mich in Ruhe. Du leckst...